Ich bin lange absennt in den gesunkenen Fällen der Passersby. Ein Glimmer von Hoffnung. Danke. Ein bisschen schade um den Waffenknecht. Irgendwer hatte doch jetzt eine... Ich weiß nicht, was Tugend ist, aber ich will nicht, dass es bleibt. Okay. Das ist eigentlich echt eine gute Kombo da oben, das. Ich habe gerade keinen mehr. Ich lasse es mal weg. Ich gucke mal kurz, ob ich den ihre Dinger schon bemaxt habe. Die wichtigsten Sachen sind bei dir auch. Du hoffentlich auch. Sieht gut aus. Ach, ich habe ja noch einen Kopfgeldjäger. Was habe ich denn da verloren? Wartet mal. Ach, ein Waffenknecht. Ach, ein Waffenknecht. Ja, natürlich. Ach, der hat schon. Das ist mir tatsächlich... Das finde ich besser. Ja, mein Gott. ... 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 die Universalisten. Dann zweimal lagern. Da warte ich noch ein bisschen. Die Ruin. Einen Nekromanten töten. Wer ist denn Melville von euch? Einen Nekromanten töten? Ne. Machst du's? Melville, okay. Okay. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Gut. Man weiß ja nie. Ich habe eine Delegation von Experten von overseas entzündet. Ich bin stolz, die Gefühle der Erkenntnisse zu spüren und mit ihnen bestimmte Techniken und alchemische Prozesse, die ich gefunden habe, um wunderschöne und wunderschöne Resulte zu erledigen. Ich habe alles gelernt, was ich von meinen Besuchungsgästen gelernt habe. Ich habe sie verletzt, als sie schlafen. Ein Nekromant schlägt diese Höhle. Nur der wunderschöne oder der wunderschöne, die ihn zu suchen. Hey, der hat es echt auf den aufgesehen, kann das sein? Impression. Super! Destroyed! Habe ich seine Fähigkeiten aus diesen deaktiviert das wäre natürlich echt ach nee das kann nicht sein das kann das kann nicht sein dass er kann ich hatte keine fähigkeit habe ich irgendwas also jetzt mal ernsthaft habe ich jetzt bin ich jetzt blöd oder was soll denn das ich habe gesagt ja wenn ich mir recht jetzt und ich habe nur eine einzige jetzt hat jetzt hat mein kreuzfahrer keine einzige fähigkeit das ist ja echt nett so ist ja nicht zu gebrauchen das kann ich einfach vergessen das ist einfach schrott das ist wirklich scheiße so brauche ich nicht gegen den Dokumenten kämpfen ja ich verstehe ich verstehe ich verstehe es nicht in time you will know the tragic extent of my failings habe ich die doch auslösen der aktive das natürlich echt blöd jetzt habe ich eine menge zeug verloren auf jeden fall habe ich ok wir uns ernsthaft nach mir ist das falsche ich muss da rein oder ich breche noch mal aufgehe das risiko ein dass er ein ticket und drei sachen ok ich habe ich wirklich vorhin wo ich angeklickt habe deaktiviert das was geht es bei sehr kurz das ist schön du gehst aber mal hinter gleich kriege ich ihn ich mache mal sowas erst mal zweimal lagern vielleicht doch nicht einmal lagern ja ich ärgere mich immer noch ein bisschen das ist wie das jetzt passiert ist wird schon reichen vielleicht kann ich wirklich so machen dass er sie jetzt gleich selbst ein bisschen braucht ich brüte kürzlich da mehr in der da aber vielleicht wegen das lay them even faster siebzig hundert ob jetzt du gut das hilft dir das als nix hier kommt denn dass man kann deshalb volles licht ist blazing star ist ja nein diese reichen fässer holt ihr mal das viel hinter mit dir Ah, schade. Das ist so gemein. Die gehen wirklich explizit auf die Schwächsten. Und? Oh. Okay, er ist auch gezeichnet jetzt, deshalb geht er jetzt drauf. Das ist halt echt so scheiße immer. Diese Gruppeneffekte. Deshalb solltet ihr... Ah, das hätte ich gleich gebraucht. Destroi sie alle. Ah, gut. Furchtsam bleibt. Aber ich blute, ist viel gleich. Ne, schade. Mach ihn platt. Ich weiß, dass ich ihn nur wieder hinkriege, wenn ich ihn vollkommen wieder in Osland kriege. 19! Warum? Oof! Das ist klar. Okay. Okay. super du musst dir selber helfen stress kriegen auf jeden fall langsam in griff ich brauche die heilung und den krieg ich jetzt eh nicht betäubt jetzt will ich mal wissen ne du heizt ihn gut das könnte jetzt erreichen sogar schon totgeschlagen im erstmal nachher sind sehr viele raumkämpfe ihn kann ich jetzt so gut wie nicht einsetzen und sie auch nicht weil sie sie muss jetzt permanent in rund ihn heilen kommt so gut gemacht die haben es echt die haben es echt auf den ritter abgesehen ein aufwärts haken bitte das ist mittlerweile echt ein monster anscheinend wenn es so weiter geht dann kriege ich das mit dem stress wirklich noch hin ok war nicht irgendwas gegen gezeichnet blöd ok gut so leider kein gegend gibt die bücher lese ich besser nicht das ist normaler raum das ist ok das ist das dann ich mach's schau mal monschein falls mit der mächtigen flüssigkeit ok wird es versetzt hätte aber auch was gutes sein können ich glaube das geht immer bis zum nächsten kampf der effekt ok solche typen bloß und müsstest eigentlich hinkriegen oder ohne doch nicht ok das bringt ihn um auf jeden fall wenn alle der feste hat fleisch ja das ist halt wirklich das ist unfair mehr als einmal beschweren ist unfair jetzt dreht er wieder durch das nervt so soll der ritter gleich wieder oh ich habe mich geirrt ich kann mir auf jeden fall nicht zwei weiche leisten ich versuche ihnen jetzt mal noch der stress loszuwerden ein bisschen warum warum das nächstes mal kriege ich ihn gut 1000 gold das lasse ich mir gefallen hier werde ich dann wahrscheinlich mal lagern müssen was auch kommen ich sehe die manchmal echt nicht und sogar noch mehr dabei was warum ich verstehe ich verstehe das system schon sowas von überhaupt nicht es ist so scheiße wenn du einmal einen in der gruppe ist der halt das ganze team runter macht gut na komm gut vielleicht kriegst du den hier wenigstens noch betäubt ist wichtig ok ach misch das geht ja nur gegen ich vergesse dass es nur gegen eingeht das war gar nicht so das war ganz okay dieser rückzug ist okay gewesen ich lieber ein von den hier genommen weißt du was streck ihn nieder das hilft dir irgendwie nicht du bist da gibt es da gibt es komm ich jetzt überhaupt dran es ist so wieder nicht das viel jetzt vergiftet naja sonst hätten wir es jetzt aber stift direkt okay einmal heilige lanze zum mitnehmen gut so kriegt doch noch was gut gemacht erflächen was anderes kann das hier auch nicht oder moment ja ja hol ihn dir ich glaube hier muss ich dann nicht oder hier lager ich dann je nachdem bevor der stress zu groß wird ich weiß auch nicht jetzt weiß ich nicht ob ich mir das lagern erlauben kann weil ich nicht mehr genug essen hat und verwüstlich okay ich muss gar nicht dass sowas auch geht okay wir wissen ich muss erst mal so weiter gehen ist schon wieder hunger 50 macht ich bräuchte ich essen wenn ich jetzt lager habe ich nicht genug essen das wird den stress erhöhen und das leben senken ich muss weiter gehen tatsächlich ich habe kein ich will ich will nein ich war gerade ohne falle man wurde nicht angezeigt was ist das ich habe schrift wollen du machst das garantiert nicht guck du mal rein ach komm dass ich das auch lesen kann oh nein dieser schweine was ist das bitte ich meine er hat jetzt mittlerweile er hat es mittlerweile ganz akzeptabel den stress level aber er gibt halt den stress so extrem an alle weiter und das ist echt ein problem man betäubt darum geht es mir eigentlich und dann komme ich nicht dran wie schön hatte ich bei der nicht mal was anderes halt die klappe oh du arsch nein nein oh nein blenden blendend diese scheiß viecher sind halt so groß dass er halt nicht an die anderen rankommt vielleicht muss ich gleich abhauen der macht einen Ansturm des Kailers gleich gut, der musste weg vielleicht kann er das aber auch gleich nicht ja, kann er doch wenn ich jetzt irgendwo Essen finde wenn ich jetzt irgendwo Essen finden würde, wäre es super dann könnte ich nämlich einfach ein Lager aufschlagen, so wie ich es mir gedacht habe aber leider, ach, wieso triffst du nichts ich habe jetzt fast nur noch Angsthasen sieht aus, ob der da Schaden kriegt, aber ich glaube, das ist nicht so halt die Klappe oh nein hä, das hat er ja im Kopf darf ich? super hä? keine Ahnung, was es bringt gut das Vieh ist auf jeden Fall schon mal tot du hast ihn ordentlichen Schlag ah, hätte auch klappen können knall ihn ab ah, das habe ich befürchtet dass er irgendwas macht ah, okay ich habe jetzt schon fast drei Leute ich muss weiter ah, gut na, da oh, ich hätte hinten erbestellt okay, so geht's auch das ist okay denn durch die heilige Lanze kommt er wieder vor furchtsam, zwei furchtsame, okay warum rennen die nicht alle, wenn er betäubt ist, warum rennen die nicht alle kurz um ihn rundherum und schlagen einfach wild auf ihn ein das wäre das Logischste gut gemacht das ist bringt eh was ich kann was ach, komm weg mit dem Schrott hier es bringt mir eh nix ich weiß doch eh, dass ich nicht es gibt keins kein zurück Verwinden den Stopp ist nur der erste Test. Jetzt muss er nach Hause gebracht werden. Mich würde gerne mal... Mich würde tatsächlich mal was interessieren. Das ist mit so... konzentriert... ja, er hat da... ein... einer hat was Positives. Wir hauen trotzdem ab. Du kannst nichts lernen, was du denkst, dass du weißt. Oh, gar nicht schlecht. Stress essen. Zu viele negative Effekte kann ich nicht mehr ausgleichen. Eine Familie-Name, die damals so gut angeguckt wurde, ist nun kaum von decenten Leuten gezwungen. Die kann wahrscheinlich nichts anderes, oder? Ich vermute mal, die kann nur... Meditieren, okay. Ach, ich gehe schon ins Falsche. Und das hat der Arsch da genommen. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Gegeißelt. Ja, das können wir doch machen. Ach, ich gehe immer ins Atarium anstatt hier ins Kloster. Gut, dann lass dich geißeln. Wenn es dir Spaß macht. Haben wir noch einen Waffenknecht. Eine Grabräuberin. Die fehlt uns noch in unserer Sammlung. Für die, die mit einem starken Augen sind. Gold schlägt wie ein Daggerpunkt. Du hast jetzt deine Sachen schon nicht, wa? Da will ich nämlich halten, Moment. 1, 2, 3. Mit ihm. Aber da habe ich keinen Heiler. Das ist wieder riskant. Das hier war doch nicht so gut, bin ich ehrlich. Hast du deine... Ist das Falsche? Da. Hast du alles, was du brauchst? Nein, dir fehlt eine Rüstung eigentlich. Hm. Der hat alles. Der hat jetzt auch alles. Die Dame hat nicht alles. Neues Ledernfell. Ja, das ist halt auch jetzt teuer gewesen, das alles zu machen. Äh. Ich komme. Ich habe echt das Gefühl, ich komme nicht so richtig vorwärts. Weil immer wieder, wenn ich irgendwas anfange... Was kannten die hier? Flitzende... Flitzende Dolche. Lass das Queenie. Verschwinden. Oh, Tannung. Dolchwurf. Giftpfeil. Das ist... Das ist... Ein hinterhältiger Charakter. Stiebitzen. Das finde ich echt cool, sowas. Die sollte ich wirklich... Gerade wegen die Lagerfähigkeiten... Galgenhumor. 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 Die ist eigentlich wirklich interessant... Während die Antiquarien... Ja, mein Gott. Obwohl, die hat auch schöne Lagerfähigkeiten. Das ist irgendwas, was nur sie tragen kann. Ach, die Skraper aber nicht Antiquarien. Was rede ich denn? Naja. Mit den 2000 werde ich dann garantiert... Ich sag's mal so... Ich mach jetzt... Dann bin ich's mal noch irgendwas anderes... Und... Der müsste eigentlich auch... Was kriegen. Und wenn die dann wieder... Fähig sind... Auf Abenteuer zu gehen... Die sind eigentlich... Eigentlich hätte man es echt schaffen können... Aber weil er ja... Weil es ihm ja so schlecht ging... Wenn die einmal diesen Zustand haben... Ist das halt echt blöd. Okay. Ich muss auf jeden Fall hier ein paar noch hochkriegen... Damit wir mit denen hier noch ein Team bilden können... In Kombination. Ich glaube, ich nehme tatsächlich... Ich weiß es noch nicht. Das werde ich noch entscheiden. Irgendjemandem Teilfähigkeiten. Also ihn sollte ich auf jeden Fall verbessern wieder. Naja. Egal. Das war Let's Play The Darkest Dungeon für heute. Ich hoffe, ihr schalt wieder ein. Ich sage Ciao mit WichtleinTV. Irgendwann schaffe ich das bestimmt noch. Aber hier kann man echt viel Zeit verbringen. Ja. Ich hätte gerne alle auf einem hohen Level. Aber wir werden sehen. Bye Leute! Auf Wiedersehen! Dann. Bis zum nächsten Mal.